Hast du einen Telex gekriegt, ja? Seit der Peng aus dem Knast ist, sitzt der nur noch mit seinem Handy rum. Kein Foto! Hatt ich gesagt, wie das nächste Lied heißt? Nee. Weißt du, warum nicht? Das ist doch meine Sache. Ha, so heißt das nächste Lied. Das ist doch meine Sache. Das ist eine richtige Ansage. Was für gerne Urlaub, Urlaub auf Hawaii, ist doch meine Sache. Du und deine Frau, jetzt krieg ich gerne teuren Wein, ist doch meine Sache. Du möchtest in Ruhe und nicht, dass ich krass mach, ist doch meine Sache. Du willst eigentlich nicht, dass ich, wenn du hinfällst, ablach, ist doch meine Sache. Und was ist deine Sache? Keine Ahnung, ist doch nicht meine Sache. Du kriegst den Verbruch. Du hast dein Fahrrad an den Zaun geschlossen, ist doch nicht meine Sache. Du willst auch gar nicht wissen, was meine Sache ist. Denn meine Sache ist ganz schön essig. Und außerdem will ich jetzt auch gar nicht mit dir nehmen. Verpiss dich, was klein und sämt dich.